Die Diskussion um das 8-jährige Gymnasium geht weiter. In Stuttgart legte heute die Elterninitiative G9 jetzt Baden-Württemberg ihre Argumente dar. Sie fordert eine flächendeckende Rückkehr zum 9-jährigen Gymnasium. Dafür hat die Initiative im März eine Petition gestartet. Diese wurde bereits mehr als 24.000 Mal unterschrieben. Von Seiten des Kultusministeriums hieß es dazu heute aber, dass diese Zahl kein Stimmungsbarometer sei.